Stopp noch nicht, hab der Anfang nicht mitbekommen! Ja, läuft! Aufnahme gebombt, wuhu! Ansage gebombt, Ansage ge... gecrashed! Mein David, wir kommen zurück bei Dead Island, heute ist Halloween! Das heißt, wenn ihr die Folge seht, nicht mehr, aber trotzdem... Kannst du den Anfang nochmal, weil ich hab den Anfang nicht ganz verstanden. Der letzte Teil nochmal. Ich quatsch jetzt Josh an. Zwei, eins. Hast du wirklich? Was? Nein, alles gut! Äh... Besorge Vorräte im Supermarkt, Schwierigkeitsgut... Schwierigkeitsrett... 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 Belohnung für Schauch und EP! Der Supermarkt, ja, ist klar! Sehr wenige wissen über das. Sehr nett, sehr nett, sehr nett, sehr nett, sehr nett, sehr nett. Ja, ja, wir reden mit der Wache an der Tür. Geht er jetzt heulen, ne? Ah, wir müssen der Wache einen kleinen Gefallen versprechen, damit sie uns durchgeht. Also, um das mal ganz kurz verständlich für euch zu machen. Wir Idioten sind gerade vor der Aufnahme durch diese Scheiß-Kanalisation gerannt und haben diesen Scheiß-Eingang zum Supermarkt gesucht, weil wir was gucken wollten und die nicht gefunden. Und jetzt geht's anscheinend hier lang. Was willst du? Suche Alkohol und bringe ihn der Wache. Habe ich. Ich auch. Ja, ich glaube wir müssen ihn nicht bestech, wir machen einfach... Wir müssen ihn nicht mehr abhauen, um zu pissen! Yo! Ich meine, es ist ja eigentlich keine Bestechung, wir machen ihn ja eher betrunken, oder? Ja. Wir müssen jetzt ruhig gehen. Talons. Talons steht in meinem Gesicht. Wenn du wüsstest, würde ich die ganze Zeit machen. Auf die Tüten starren. Wie ein Blasen. Wir müssen jetzt auf den Weg gehen. Leute... So, wir können durch. Herr Vortex, das macht man gar nicht. Warum sind Kinder anwesend? Außer mir. So, nochmal letzte Chance zu beoperieren, basteln. Ich mach hier mal die Tüten zu, damit es keiner sieht. Zu gespielt, ich hab schon gedrückt. Ah, dann geht's in den Supermarkt, also auf den Weg dahin. Alles wartet wieder auf Bord. Das war doch die Falschkanalisation. Ich hab doch gesagt, ich würde mich noch verpassen. Dafür drehe ich den Leier. Ja, ist doch gut. Fuck euch doch. Alter, ich hab mich grad gedreht, Alter. Ich auch. Ja, ihr habt das bei mir beide gedreht. Wir gehen nicht durch die Türen, wir drehen uns einfach und dann machen wir so Teleportationen. So, plupp. Wie so im Anime, so. Grüne Zahn. Ja, das sieht jetzt auch definitiv wieder richtig aus. Warte doch mal, bis ich auch da bin. Warum brauchst du mal so lange? Geht nicht, hier war ein Zombie, der mich grad den Kopf weggetreten hat, der Kopf ist explodiert und ja, äh. Ja, und wir sind jetzt alle schwanger. Guck mal, hier ist ein weißes Falschaufbau, was auch immer das ist. Wow. Aus irgendeinem Grund möchte ich nicht freiwillig da rein. Ich auch nicht. Ich glaub nämlich, dass das giftig ist. Vorsicht, Zombie hinter dem War Attack. Ich bin hier draußen rum. Ey, sick. Ich hab hier grad eben mit 300 nochmals schadend kritisch weggetreten. Oh, guck mal, hier ist ein Kühlschrank mit Energy Drinks drin. Au, au, au. Ich glaub nicht, dass die noch gut sind. Alter. Komm, mach mal, mach mal. Komm mal rein. Ich hab das Wasser, das giftig. Ich hab's grad getestet. Oh, lecker, Energy Drinks. Sag ich doch, die Kühlschrank sind welche. Ich weiß nur nicht, ob die noch gut sind. Kommt, Edna. Burn, 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 my zombie on fire. Au, 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 au. Oh, hier ist Geld. Ein Zombie, der mich fressen will. Der Zombie will nicht fressen. 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 Der Zombie will mit dir kotzen. Ich hab den Zombie noch getötet. Ach, deswegen ist die Matratze auch hier. Ich glaub, der will nicht nur kuscheln. Das so, äh, süßes, sonst gibt's auch was, ne? Du darfst übrigens alleine da unten sterben. Vortex. Was? Ach, ich gedenke mich. Hier oben liegt ein Ausweis, Kinnas. Das heißt nicht Kinnas, das heißt Chef. Kinnas, kommt mal zum Mutti, hier liegt ein Ausweis. Oh, Ausweis. Hier ist ein Schüler. Du hast eine Seite, Digga. Ich glaub ich mein neuer. Ich geh auf die Seite. Oh, ich hab hier Schäde gefunden. Warum sind hier Schäde? Ist das so lila oder ein Hippi so lobt? Nein, er ist rot. Hier gehört der rote Schädel hin. Merkt euch den Punkt für später. Wir werden ihn brauchen. Ich hab doch einen Schädel irgendwann mal aufgehoben. Hast du einen roten Schädel? Oder hab ich einen lila Schädel aufgehoben? Ich kann hier auf jeden Fall nichts machen. Ich meine nicht, dass ich ihn hab, aber ich hab doch irgendwann mal einen Erfolg aufgehoben. Also, um zur Verständnis. Es gibt fünf verschiedenfarbige Schädel in diesem Spiel. Und diese Schädel werden alle zu einem Schädelhaufen zugeordnet. Den ersten habt ihr jetzt grad gesehen, hier in der Kanalisation. Merken. Und wenn man beides zusammenfügt, also passenden Schädel zum Schädelhaufen, dann bekommt man was Nettes. Oh, nett genug. Damit meine ich kein Ü-Ei. Kein Ü-Ei, keine Schokolade. Aber ne Überraschung, oder? Hat jemand geschrien, um zu sterben? Ein Kind. Neu Monate später kriegst du ein Kind. Oh, wow. Exploder, exploder, exploder! Tschüss Talons! Get the fuck off me! Er geht, wenn ihr nicht aus dem Weg geht, kann ich nicht weg. Ich hab nicht mehr weggestanden. Jeder weg, geht er weg! Ich hab hinter der Tür gestanden, ich fand den anderen vorbei. Vortex steht erstmal voll im Weg, während ich ihn retten will, weißt du? Hä? Ich bin bei mir zehn Meter von euch weg. Ja, du bist über ihn in den Weg gestiegen und hast mir damit den Weg versperrt, ihn zu retten. Das war jetzt Glück, dass das doch gezählt hat. Nein, sieh! Oh, guck mal, da oben können sie runterkotzen. Hier ist ein Runner, der sich grad den Kopf gestoßen hat. Hier ist ein Energy-Drink und ein Snack-Talon, komm mal her! Ja! Sagte sie und ich weiß nicht, wo sie ist. Hier, da, hinten hin. Das Vortex! Ich bin hier, ich pack da gerade im Rohr fest. Ist da noch irgendwas? Nee. Okay. Nur halt Energies. Da kann man mal kurz über die Mauer gucken. Weg mit der Mauer! Weg mit der Mauer! Weg mit der Mauer! Da oben ist der Exploder. Kommt, ihr müsst einstimmen. Weg mit der Mauer! Weg mit der Mauer! Weg mit dem Exploder! Der ist weg. So grade eben gestorben. Exploder has left the building, er hat Lappen verloren. Okay. Soll ich mal Krach machen? Au ja, macht Krach, da haben wir die ganzen Zombies am Arsch. Ausflug zum Supermarkt! Tada! Denk dran, da drin sind menschliche Gegner. Oh, Pistole! Pistole! Ich muss noch mal die neue Waffe ausprobieren, auch wenn ich nur zwei muss. Weil, äh, der Typ hat von einer Bande erzählt und das sind grundsätzlich menschliche Gegner. Oder ist das eine Summ... Dann rennt ruhig vor, ich brauch ja eh wieder länger am Ladewitz schon, aber rennt ruhig vor. Ich bleib jetzt hier stehen und guck erstmal, was ich noch umrüsten kann. Hm, ich will immer mein schönes neues Gewehr ausprobieren, auch wenn ich nur zwei Kugeln hab. Mal schauen, mal schauen. So. Vermodifizierte Waffe. Noch, noch sind keine Feinde eingetragen, noch können wir uns, äh, bewegen. Äh, ich mach hier grad... Zombie Day, oh Zombie Day, oh Zombie Day. Damit ihr wisst, wo die Waffen her sind, sie lagen jetzt in der Stadthalle. Oh. Okay, das ist... Achtung Leute, durch. Die ist einfach durchs Rohr geglitscht. Läuft. Oh, die halten aber ordentlich was aus hier drin. Ach Gott, ich sterb einfach. Aua. So. Ich könnte ja mal Hilfe gebrauchen. Ja, du wirst neben mich. Ich könnte ja mal Hilfe gebrauchen. Ja, geht nicht, ich bin fast tot. Bitteschön. Ja, ich auch. Ich seh den nicht nur auf rot. Mach dir den auch. Hätt mir nicht keine Waffe mehr an. Bleib, bleib. Oh. Jetzt kann ich dir nichts mehr geben. Während Vortex mal wieder weiter rennt. Ich steh hier rum, ich renne. Ich bewege mich gar nicht mal. Da hinten ist übrigens ein Fettsack, Zombie. Im Talos tritt die Elektriktrik weg. Ich hab'n Mollo. Oder wär's sogar die Deo-Bombe. Okay, Frage geklärt und ich bin tot. Ein Hinweis wär nett gewesen. Ich stand auch da hinten. Er lebt noch. Nein, ich bin tot. Jetzt nicht mehr. Lebt in der alte Vortex noch. Mich lasst ja einfach sterben. Ich hab'n Minikit mehr. Da liegt eins. Jetzt hab' ich wieder eins. Jetzt bin ich wieder da. Ja. Ich guck' euch von hinten zu, wie ihr's macht. Ich komm' ja eh nicht ran. Ähm, das klingt so falsch, aber gut. Wer hat denn jetzt schon wieder hier die ganzen Leichen gelootet? Weißt das nur meine Granate und ihr nehmt euch alles. Ich hab' keine einzige Leiche gelootet. Was bitteschön ist das? Das ist ein Polizist. Also jetzt nicht mehr. What the fuck, ich wurde gerade weg. Ich hab'n weggerammt von nem Renner. Oh, ne Werkbank, sehr schön. Ich hab' hier Freunde, die ich nicht haben möchte. Ja. Und jetzt greift mich hier an. Ach. Das kommt schon mal vor. Ja, ich hab' ja auch grad so klitzel kleines Zombie-Problemchen. Ja, warum bleibst du denn nicht erstmal bei uns? Ich hab' jetzt 1.000 Dollar wegen der Scheiße verloren. Ich hab' sie getötet. Hier ist noch ein Bauplan, aber rennt doch alle einfach weg. Ist okay. Ich sag' euch jetzt gar nicht mehr Bescheid. Stacheldraht. Was heißt denn ich? Euch. Ich bin bei dir gewesen. Ja, stimmt. Du warst da. Du bist ein guter Junge. So, was war denn das? Stacheldraht. Äh, warum war das denn hier? Was braucht man dafür? Großer Baseballschläger, Stockholzknüppel, Tonnferschwerer Knüppel. Also alles was knüppelig aussieht, damit könnt ihr Stacheldraht machen. Wenn ihr Stacheldraht habt. Ich hab' einen exotischen Streitkolben. Ich hab' nur kein Stacheldraht. Jetzt geh' mir doch mal aus der Linse. Meine Fresse. Stacheldraht. Wo haben wir das Ding? Also ganz ehrlich, die Entwickler von Dead Island haben da richtig scheiße. Hat jemand Stacheldraht? Nein, wir haben alle kein Stacheldraht. Ich hab' auch keine richtige Sache dafür. Ich hab' Stacheldraht, aber keinen Stock oder sowas. Ich hätte den Schläger dafür. Exotischen Baseballschläger oder was das war. Ich kann DG, wenn du möchtest. Ich hab' keinen Platz im Inventar, da muss ich was rauswerfen. Tauscht es doch gegeneinander. Hab' ich gerade vor. Na, ich nicht. Ich hab' ja keinen Platz. Boah, das geht ab! Kommt der jetzt weg? Der hab' ich von den Schädel weggeballert. Aber hallo. Okay, dann Talons halt mal kurz Wache, wir tauschen kurz. Halt mal kurz Waffe, meint esse. Wache, nicht Waffe. Halt mal kurz die Waffe. Also, keine Ahnung. Ja, ich hab' doch. Achso. Äh, warte mal. Sie kommen! Nicht! Wo ist es denn? Ich geb' dir mal die Spalt-Axt. Alter, die Spalt-Axt, Alter. Oh nein! Die Machete wollte ich dir jetzt nicht geben. Wie geh' ich, wie mach' ich das? Ach, der wollte diesen... Äh, warte, was ist jetzt passiert? Den Spalter gibt's auch in der... Den Spalter gibt's auch in der... So ein Hulten-Instrumenten am Spalter gibt's auch in der Medizin. Hä? Ich wollte dir nur die Spalt-Axt geben. Alter, man hat sich gerade verflüchtigt, wo sie sind. Uiiiiiii, uiiiiiiii. Ich glaub' der ist ein bisschen ramponiert, das ist das fernifizierte Ding. Da müsstest du einen richtig heftigen Stacheldraht hinkriegen. Mamiiii, darf ich spielen? Was ist denn da? Ich glaube, er hat so viele Horrorfinger geguckt. Mamiiii, ich mag Zombie-Hirn-Essen! Hä? Mit Teik-Nippeln hab' ich auch noch irgendwo ein. Ja, mein Schatz, wir essen nachher die Zombie-Hirn. Oh, das sieht gut aus. Ist einfach nur mit Stacheldraht umwickelt, aber scheiß drauf. Hast du noch ne Waffe, Tannons? Sieht nicht so aus. Der kämpft mit bloßen Fäusten, der ist... Ich habe mein Hackelbeil! Möchten Sie jetzt einen auf Horror machen? Muah! Ich bin dafür, wenn jemand jetzt erstmal ein Einkaufswagen wird. Da ist Zombie! Zombie kriegt er aufs Maul! Zeicher, bam! Ich hab morangenen Schädel gefunden, haha. Zombie! Zombie, Kopf ab! Weil ihr alle weiterrettet und nicht in die Ecken guckt. Jetzt gebe ich dir das zurück. Ja toll, du bist jetzt der Einzige, der den hat. Also freu dich und halt die Klappe. Was hat... Ein Einkaufswagen. Was hat der Vortex? Er hat den Schädel gefunden und kriegt damit gleich einen besseren Bauplan als wir. Dann werden wir ihn wohl aufschlitzen müssen. Kriegt für die Schädel einen besseren Bauplan? Wann? Wo? What the fuck? Wenn du den Schädel gleich auf den Schädelhaufen sitzt, das habe ich doch eben erklärt. Ja, ja, aber wo ist denn hier ein Schädel? Dann bekommst du einen Bauplan. Das ist rot, ich hab Branchen. Das ist eben auch rot. Ich brauche nicht, ich hab Branchen. Die können doch auch einfach den Vortex aufschlitzen. Wartet mal, da sind Menschen. Oder da sind Zombies. Da sind Zombies, ne? Da sind Zombies. Aber die Tür geht eh irgendwie nicht auf. Die wollen doch nur spielen! Hier ist kleine Poli... Wer hat ne kleine Pistole? Hier liegt Munition. Wo? Nö. Wo? Ja, hat sich schon einer genommen. Gut, dann hab ich sie. Das ist gut. Hier sind Energydrinks. Nehmt euch die. Ich glaub, es wird mich böse hier. Oh, hier ist ne Tür. Hier. Sooo. Wo sind die Feinen, die im Zombies? Hinter der steht einer auf. Hier liegt die Gegner. Und Talons, bitte. Ich hab menschliche Gegner gefunden. Die machen keinen netten Eindruck. Was ist denn los, Surat? Was, was machst du denn Vortex, ey? Ich hab eben gesagt, hier ist ne Tür. Aber auf mich hat mir keinen direkten Nebenbeug. Ja, ich hab doch grad gesagt, wir wollten uns erst mal umgucken. Ja, ich hab mich ja umgeguckt. Alter! Ist denn der Witz in der Sache? Und dann schreibt ihr in die Kommentare, ich soll mich über die beiden nicht aufregen. Mit den Spielen, das ist einfach katastrophal. So, jetzt gehen wir an die Tür. Hier liegt im Übrigen noch ein Ausweis auf dem Schreibtisch irgendwo. Und ein Portemonnaie. Oh, Ausweis gefunden. Danke. So passiert es nämlich, dass wir verschieben das Bild. Oh geil, ein Save. Aber er ist leer, toll. Wow. War schon einer vor mir da. Ich war's nicht. Oh, menschliche Gegner, vorsicht, vorsicht. Wer schiebt mich denn da wieder raus? Ich. Oh, Vortex, Alter. Du musst die menschlichen Gegner töten, also dazu muss ich raus. Ich kann hier schlicht durch den Rücken schießen. Ja, aber doch nicht, während die mir eine Kugel in den Kopf jagen. Ey, hast du die Tür zugemacht, Hallons. Es sind noch fünf Stück, die ich jetzt gerade auf dem Radar sehe. So, wo sind sie? Ich geh sie töten. Wow, die war ja echt schnell leer, die Waffe. Mit nur einem Schuss ist das auch nicht gerade, äh... Ich hatte zwei und das hat nicht gereicht. Und irgendwie werde ich gerade richtig... Hallons, geh doch mal aus der Schussbahn. Ich kämpfe lieber im Nahkampf. Oh, ne, Leute, ich habe gerade keine Lust, so weiter aufzunehmen, ganz ehrlich. Sterb. Nicht bei menschlichen Gegnern so eine Scheiße fabrizieren. Ich probiere sie doch nur zu töten. Ich bin ein bisschen zu blöd dazu, das ist mein Problem. Ja, frag mich mal. Das ist leider nicht einfach, ich mach die Türscheibe für euch. Okay, ich habe doch einen Getötet gekriegt, die Fußstunde. Uh. Aua, 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 wo, wo, wo? Wo ist der, wo ist der hin? Hinter dir, er ist tot. Ich habe ihn erschossen. Und man tat sicher noch einer auf der Karte. Ich weiß nur nicht wo er ist. Ich höre ihn nur schießen. Und hat er es noch, glaube ich, drauf zu, oder? Ja. Und ist tot. Hier ist eine Pistole für all jene, die keiner haben. Scheiße, ich habe kein Medikid. Ich kann dir nicht hoch helfen. Ich kann dir nicht hoch helfen.